Jaja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benni und der Haubner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und heute versuchen wir eine neue Challenge, nämlich Trickshot Tomahawks across the map zu treffen. Wir versuchen unser Bestes, es wird wieder spannend werden. Seid gespannt und ich würde sagen, wir legen direkt los, also let's go! So, ich würde sagen, wir treffen jetzt First Try. Oh Gott, ich habe keine Schüsse, wo ich entschießen soll, man. Digga, bei mir hat nichts getroffen. Nicht mal im Ansatz war ich irgendwo. Okay. Oh Gott, auf der Seite ist es echt hart, man. Oh Gott, niemals. Oh Gott, meine sind irgendwo hingegangen. Wie willst du denn da? Hast du auch die Shadow-Clone noch mit? Ja, ich schieße auch gerade drüber, man. Aber niemals trifft er was. Ja, man. Hauptner Faker. Alles klar. Weil du die Bombe jetzt fagst, man. Okay, auf geht's. Was? Let's do this, Digga. Hey. Nein! Was? 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 Ist das dein Ernst? Was? Digga, hast du das gerade getan? Äh, ich pack's nicht. Nein! Oh mein Gott, du hast gerade echt die Free Six den Tomahawk across the map getroffen. Auf der Map. Are you fucking kidding me? Digga, was ist los? Was ist los einfach? Der war krank. Also, Props gehen raus. Ey, was ist denn los? Er macht echt den Free Six den Tomahawk. Was? Das ist jetzt die dritte Runde, die wir gerade probieren. Ja, Mann. Und der Fall. Ich pack's nicht, dass du gerade ernsthaft getroffen hast. Ich pack's auch nicht. Ich hab irgendwo hingeschossen. Also, ich hab mit vielen gerechnet, aber direkt in der dritten Runde. Alter Schwede. Was ist los, Mann? Gigi. Ich hätte gedacht, wir werden nicht einen treffen. Ich hab vor der Aufnahme zu Bendy gesagt, niemals werde ich eine Drehung machen und du genau so wenig und dann noch treffen, Mann. Oh Gott. Not bad. Gigi. Scheiße, Mann. Ach. Nice. Scheiße, Digga. Meine Tomahawks sind nicht mehr angepeilt, kann das sein. Nein, das gibt's ja nicht. Dass du mich so relaxed bist, ist unglaublich. Du hast nicht einen getroffen, glaube ich, oder? Oder hab ich schon meinen Tomahawk gecrustet? Nein, hast du nicht? Und das ist, glaube ich, schon die dritte Folgen, die wir machen. So, jetzt bin ich mal dran, Mann. Gib mir den Scheiß, Tomahawk! Oh Gott, okay, ich hab die irgendwo hingeworfen. Ich sag, ich kann das mit den Drehungen gar nicht. Ich brauch nur Glück, dann treff ich auch. Ja, bei dir ist wirklich nur Glück, Mann. Alter, gehst raus. Ich hab irgendwo hingeschossen, Mann. Okay, du sagst, du triffst jetzt einen von den drei Gegnern, die wir noch haben, oder wie? Niemals. Oh Gott, ich hab... Komm, das trifft jetzt von mir mit Ansage, bitte. Komm. Wo ich hinschieße, Digga? Als ob da Gegner sind. Ich hab rechts nach B geschossen. Ich hab den jetzt. Ich mach mal auf 0,3 und lass den verfolgen. Oder 0,5. Let's go. Oh Gott, ja, ich hab ihn gesehen, Mann. Ich hab die Aufnahme gestoppt. Gigi. Läuft bei dir. Der Gegner stand auf jeden Fall von AFK rum. Oder nicht AFK. Ja, er ist gelaufen, Digga. Genau, er hat ein bisschen länger gebraucht, bis er wegläuft. Und den hast du dann erwischt. Das war ein wunderbarer Tomahawk. Guck's dir an, Digga. Perfekt. Perfekt einfach, Mann. Er war echt nice. Da kann man nichts dagegen sagen. Es war sogar eine schöne Drehung drinnen, Mann. Ja, genau so soll's sein. Ich würd sagen, jetzt geht's weiter. Einen wollen wir noch treffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Aber ich würd sagen, die Runde verlieren wir. Ja, da steht 3-3. Campensafe überall, Mann. Komm schon. Hä? Im Ate, du sollst ihn covern. Oh Gott, wenn mich der Team hat covered, kann ich das doch schaffen? Oh Gott, bitte, Team hat ja. Oh Gott. Digga, war das krass. Das war nice. Das war nice. Not bad. Ja. Gut, dass die dann alle gekommen sind. Äh, ihr schreibt sogar, Benny, das war der Spot von euch bei Ninja Division. Ja. Jedes Mal. Ich hab's vorhin gerade sogar gesagt, das ist mein Spot, Mann. Und er klaut ihn einfach. Los, Baby. Aber die Runde war close, muss man sagen. Nein. Oh Gott, Digga, da hat fast noch einer getroffen. Ich weiß nicht, wem der gehört hat. Warte, ich versuch, dass man mit der Objektverknüpfung. Es war mein Tomahawk. Es war mein Tomahawk. Guck dich jetzt an, wie der fliegt. Der geht da aufs Haus hoch. Ein bisschen schneller kann ich machen. Der ist wirklich vom Haus oben abgeprallt. Fall nach unten. Und dann laufen da zwei Gegner vorbei. Der eine ist zu schnell. Und der andere, er prallt auf dem Boden auf. Und der Gegner läuft durch, ohne dass er stirbt. Oh Gott, ich schwör, das waren 20 cm. Ohne Witz. Belastend. Ey, Mann. Der hätte auch sterben können. Warum hab ich immer so viel Pech? Ich hab noch nie einen scheiß Tomahawk getroffen, Black Ops 3. Vielleicht jetzt in der nächsten Runde. Ja, Mann. Weiß es doch nicht. Okay, are you ready to rumble? Also, die Seite ist absolut random. Ich weiß nicht, wo ich ihn schießen soll. Ich auch nicht. Ich versuche es jetzt erstmal zweimal übers Haus. Hä? Oh Gott. Habe ich in den Baum geschossen? Oh Gott, ich habe... Der eine war auf jeden Fall mega hart gefällt. Bei mir sind beide mega hart gefällt. Oh, sind da sogar hinten relativ gut gekommen. Okay. Da läuft halt auch keiner. Eine steht noch am Spawn. Oh, was? Hey, Mann. Das hätte gut gepasst. Das muss so close gewesen sein. Das sind so viele am Spawn bei mir. Guck mal, hier habe ich alles zerschossen. Achtung, Gegner ist noch am Spawn. Komm, Tomahawk, Mann. So, ich glaube, von der Seite ist es eigentlich einfacher. Da kann man übers Haus schießen. Ja, finde ich auch. Oder der zweite noch. Komm schon, irgendeiner muss da treffen. Nee, keine Ahnung. Ich bin auch voll dafür, dass du was trifft. Ja, aber die sind eigentlich ganz geil. Aber die fliegen halt... Hey, Digga, die kommen halt alle rechts, oder? Hey, die stehen alle am Spawn. Und was? Klar, dass da nichts trifft. Also die auf Hunted waren absoluter Crap. Okay. Da fliegt noch einer der Gegner. Aber da sind die Gegner auch meilenweit weg. Die waren absolut scheiße. Und da ist wieder einer so knapp gewesen, Mann. Ich will wiedersehen, wer hat den geworfen, Mann. Das ist ja unglaublich. So viel Glück. Ich wende, es war wieder meiner. Ich traue mich jetzt schon wieder. Ja, weil ich habe meine ins Komplett in die Wanne geworfen. Da fliegt der Nächste. Es war sogar deiner, Digga. Er prallt auch genauso wie vorhin auf der Dachkante ab. Und Lackgamer... 20 cm wieder. Ohne Witz. Oh Gott. Nur Glück beim Zocken. Ey, ich hasse mein Leben. Oder unser Leben. Ey, der eine war auch knapp, Leute. Guckt euch das an. Das war natürlich wieder der, den ich geworfen habe. So, guckt euch das an. Spacegamer steht hier. Da kommt das Tom-Mock geflogen. Einfach vorbei, ein Meter an ihm. Ich muss sagen, so kacke waren die meisten Tom-Mocks wieder gar nicht. So, Leute. Das war es jetzt mit den, ja, 360-Grad-Drehungen plus Tom-Mocks. So krasse Trickshots können wir ja nicht. Dafür sind wir nicht geboren worden, oder? Also... Leute, 360-Grad-Drehungen sind das Einzige, was wir können. Und vielleicht 27 Grad noch. Aber ja, einen haben wir getroffen. War ganz nice eigentlich. Wir hoffen natürlich, das Ganze hätte ich gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.